Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 1 in der VGA-Version. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir erkunden gerade so ein bisschen Spielborg und sind jetzt in dieser Taverne, von der wir schon was gehört haben. Der Gildenmeister in der Gildenhalle hat uns schon davon erzählt und war wenig begeistert von diesem Ort. Und ich glaube, ich kann es auch nachvollziehen warum. So. You pick up the note. You smooth out the piece of paper and read. B. He is starting to get suspicions. Hold off on our meetings for a bit, but I'll keep you posted by these notes. B. Okay, irgendjemand schöpft Verdacht. Sie machen irgendwelche Treffen, aber machen es jetzt im Moment keine. Aber er informiert weiter über diese, mit diesen Nachrichten. Okay, gut zu wissen. Ähm, ja. Da will ich mich nicht unbedingt hinsetzen, dann setzen wir uns mal da hin. Ah, jetzt hat mich richtig angeklickt. This is a bar. I serve drinks. You want a drink? Order one. You want answers to stupid questions? Get out. Aisle. One silver. Trolls read. Five silvers. Dragons spread. Twenty five silvers. Take your pick. Good for sales you. Haha. I'll go down with mouse. It's the house speciality. Okay. What do you think? I am a guide dog or something? This is a Ais and Eight Terran stranger. He don't like his personal affairs, Drisco. My advice is not to do anything. That I'll get him upset. Ja, okay. Ich glaube, ich will hier nicht wirklich was. Schauen wir mal, können wir mit dir denn hier reden? The drunken bar bar at the end of the bar isn't in any shape to talk. At least not coherently. Butcher shop. There's not a whole lot of meat in town for me to butcher these days. No, if someone would just bring me down that stack in the forest. Got any 450s? So God, they're being very, very good to me. Go, fish! I'm Butch Beefmeister, the butcher. There's a river to the south by the Flying Falls, which has some good-sized throat. Go, fish! Okay. I haven't been able to get any supplies in since the brigands closed of the area. The bakery will reopen as soon as I have some. The butcher has been getting all good cards. I'm Silas Srotto, the baker. Marrow Lake, to the south, has a huge fish, but it's pretty dangerous. Ja, okay. Was ist mit dir? Können wir mit dir hin? Tatsächlich. Grasher! The gun seems to be ignoring you. Grasher bears his death to you. Either you are in big trouble now, or that's just his way of smiling. Oh. Okay. Sind wir... Nein. Wir leben noch. Aber wir sind hochkant rausgeflogen. Ach, du Schande. Leg dich nie mit einem Goon an. Können wir sonst noch was machen? Können wir mit... Äh... Tiefesgall gilt? What's the password? Ach, du lieber Schweinhund. And we're up. Rheingold. Deutschmark. Und... Purple Sarus. Ah, okay. Also da 100 geht wahrscheinlich dann das Ding. Ah, hab ich den jetzt gehauen? Ja, da will's Passwort, aber wir wissen das Passwort leider nicht. Ich weiß nicht, ob das nur wichtig ist, wenn man die Klasse hätten für... Die Liebesklasse haben. Wir werden's sehen. Vielleicht findet man ja noch weitere von diesen Hinweisen. Uh. Da hinten glitzt Gold, aber das sieht doch aus, wie wenn es hier eine Falle wäre. Display seems sinister at night. Some strange object is glowing at the other end of the alley. Warte mal hier, gibt's die auch Tag- und Nachtwechsel oder sowas, oder? Ah, wie war'n das? Ah, halt, das war, glaub' ich, hier. The night is still young on day one. Okay, ist es tatsächlich schon Nacht? Okay, dann ist es vielleicht keine so gute Sache. Ja, es wird tatsächlich dunkel. Ah. An early model of a hot dog stand, or could it be a hamburger stand? This place seems sinister at night. Some strange object is glowing at the wall screen pretty normal, but there are some gross marks on the north ends to the building. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wo ist dies doch? The coin lights better get them every time. See the dagger? The next one is centered on your back. Give sneak there your cash and you walk out of here. It's simple to trade your life for your money. Kann ich hier... Nein. Kann ich hier vielleicht angreifen? Despite your intentions, you feel a calmness and sense of peace. My fingers is starting to get a bit twitchy. So forget about questions. It's pay the man and get out alive. Ich kann hier aber mal die angreifen oder sowas. Ja. Perhaps you shouldn't explore dark alleys at night, unless you are looking for trouble. Well, you should look in your manual to learn how to deal with thieves. Aha. Guck mal, da ist es noch nicht Nacht. Hm, nee. So, jetzt würde ich aber gerne angreifen, aber mit dem Schwert hier. Ach so, das ist aufheben, nichts aufheben. Was ist das hier? Hm. Okay. Kann ich hier tatsächlich nicht auf... Angreifen. Kann wahrscheinlich tatsächlich nur hier Geld abgeben und das war's dann. Das wäre wahr. Das machen wir natürlich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Sollten wir am Tag wieder kommen. Haben es halt gerade jetzt dumm erwischt, dass es jetzt dunkel wird. Aber Dings haben wir auch noch nicht gefunden, nur der Heiler ist und auch diese Tore zum Schloss. Ist das wahrscheinlich das Dorf vorm Schloss? Oder sind die Tore da unten? Hm. Wenn wir jetzt hierher gehen. Oh, guck mal, die Leute hier sind weg. Können wir jetzt hier reingehen? Nee. Können wir hier rausgehen? Ah. Das Tor ist verschlossen, weil es wahrscheinlich dunkel wird. Hm. Aber hier hieß es doch, dass es, wenn es am Abend ist, dass da jemand da ist, den wir noch ausfragen wollten. Stimmt. Sehr wahrscheinlich hier. The merchant is a rather fat man with a small mustache and beard. He wears a turban. Ja. Genau, mit denen wollten wir ja noch reden. Dann machen wir das doch mal. Du hast du jetzt eine Stable Nayerstifier. Oh, es ist in dieser Zeit und Enderlust-Times wir in live-in. Wenn ein Mann, wos Struggles daily, to keep von starren, should be robbed of all his earthly possessions. Eigentlich würde ich mit dem hier unterhalten. Naja, unterhalten wir uns einfach mal mit dem. Ich, Abdulladu, wäre der erste Merchand in diesem Valle dieses Jahr, aber mein Leben war shattered von Brigands. The band of Brigands ambushed uns, just as we crossed the path into the valley. There were about twelve Brigands, including a huge Minotau. There was also a leader and some sort of wizard. The first used some sort of magic, which blinded us, then they overhelmed my six guards and my assistants, all my trade goods taken from before me. I am now but a beggar, leering off the generosity of my friends. The wizard threw something at us, that caused my eyes to be blinded with tears and my nose to be forced to sneeze, I was hopeless. The Minotau is a creature with the heart of a bull and the body of man, they are said to be very strong. The leader was wearing a cloak, so I couldn't see his face. His voice was rather high-pitched through. The wizard was very short, and he giggled most of the time. I couldn't understand what he was saying. Here, I pay good money for men to protect me, and what do they, when I need protection? They run away! Not one man died to defend my treasures. You just can't hire good gods anymore. I had treasures carefully brought from Shapir with me. I even had a magic carpet with me. Name? I'm Abduradu, son of Ali, grandson of Hasan, and former master merchant of Shapir. Now I am a penniless burden upon my friends. Even through there too, lost a fortune when the brigand stole from me, Shaman and Shima are caring for this frail shadow of a great man. She is the finest of cooks, outside of myself that is, but her fine food is a dust in my mouth, for I am but a beggar. He is a fairy prince of Katas. Ah, Shapir, a beautiful land of golden sands and shining sun, the heart of civilization. Alas, she is playing with fierce chin and efforts who seek to drive all men and Katas from the land. But I can speak no more of the homeland I shall never see again. Instead, I will die in this cold, forsaken land, bereft of all I love. Merchant, have we this not yet? I trade a treasure of one land for that of another. But the brigands have stolen every treasure I had and I am a merchant no more. Okay, that's all. Hmm. Sollen wir mal ein Essen holen? So, wir zahlen mal für ein Essen und dann werden wir, ähm, auch die Nacht hier übernachten, denke ich, und am nächsten Morgen geht's dann nochmal in die Gasse rein. und dann schauen wir mal, wie es, was Sache ist. So, haben wir sonst noch irgendwas mit dem? Ne, das war's eigentlich. I bring you what you wish. You ordered. May it please and set it for you. Dankeschön. Sehr höflich, diese Katzen hier. Dann lasst es uns mal schmecken. The food tastes is surprisingly good and the drink is delicious. Dann werde ich wohl mal ein, ähm, Permit me to clear the table for you. So, dann lasst uns mal eine Nacht hier schlafen und am nächsten Morgen weitermachen. Na, der Tag ging jetzt doch relativ schnell rum. Rest a night. Äh, a night's rest. May you dream of all the rewards you deserve. You thanks the man and pay him five silvers for the room. So, wir müssen auch endlich mal schauen, dass wir vielleicht, äh, the sleep heals and refreshes you. Dass wir irgendwie mal, ähm, an Geld kommen. So, ein neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt gleich mal in die Gasse nach hinten. Und schauen mal, was passiert. Und wenn nicht, führt uns der Weg wahrscheinlich nach draußen. Ach, ich frag mich, Stadt-Tore. Wo es genau sind diese Tore, wo wir hin... Nicht Stadt-Tore, sondern die Tore vom Schloss. Wir müssen dann wahrscheinlich erst mal das Schloss finden. Das ist ja das Dorf, also muss das Schloss hier irgendwo in der Nähe sein. Das grumpy place must be in L.A. It feels strange here. Colder than the rest of town. There are some barrels discarded here. A beggar holds out a bowl towards you. Arms, arms for the poor. Da, den können wir schon was geben. Silber for the poor. Gold for the poor. Geben wir denen ein bisschen was. Thanks, you know, it's really tough trying to make a living bagging in this town, since the brigand started scarring all the trade away. This used to be such a nice place to live. My advice to you is not to take up bagging. It just doesn't pay. And don't go out at night. Okay. Ah, jetzt ist dieses Gold da hinten weg. Aber es war auch irgendwie klar. Kommen wir eigentlich da irgendwie noch weiter? Nee. Was ist jetzt das hier? Ach, können wir gar nichts machen. Okay. Ich habe dir doch gerade was gegeben, mein Freund. A word of warning to you. Don't drink that dragon's breath. Sollten wir vielleicht mal probieren. Hey, hey. Einfach so mal speichern und dann mal einfach mal ausprobieren. Na gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir doch auch mal raus. Ich glaube, hier müsste man eigentlich alles jetzt gemacht haben, was man machen kann. Schätze ich jedenfalls mal. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen. Aber gut, was soll's. Dann kriegen wir das trotzdem noch raus. The breeze is cool, but you feel a shiver deeper than you trust the cold. You are rarely on your own now in a very dangerous place. Also wir kommen von Osten und nach Norden müsste es zum Schloss gehen und zum Heiler. Dann lasst uns doch vielleicht einfach mal nach Norden hier gehen. Also ich nehme mal an, dass das hier Norden ist. Ah, das ist der Heiler. Und da hinten ist das Schloss. Sehr gut. The bright smell of fresh herbs, mindless with the aroma of wood smoke, as you come up to a hut by the side of the road. The creature looks more like a small flying lizard than a bird. The house looks sheery and well-keeled. It has the sign of the Heiler above the entrance. Ja, bin ich gespannt. The road winds northward toward a walled castle. Alles klar. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Vielleicht muss ich ja tatsächlich auch mal eine Karte mir zeichnen. Damit ich mich wieder zurecht finde. Ich meine, noch ist es kein Problem, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem sein wird. Oder irgendwann mal werden wird. Na gut, ich will dem auch sagen. Beim Heiler schauen wir beim nächsten Mal vorbei. Und danach geht's mal zum Schloss. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.